da das war jetzt mehr reaktion wie beabsichtigt aber funktioniert ich glaube nämlich wenn wir mit diesen büschen die kann man auch anbauen ähnlich wie anderes zeug auch und dann über einen harvester ernten lassen würde also theoretisch bedeuten wenn ich das richtig mache dass wir von zumindest den ärzten dies bei tinkers gibt dass wir da eine automatische erzfahre machen könnten theoretisch muss ich mich mal noch mal schauen wie das funktioniert aber ich bin ja für automatisierungen zu haben da wäre ja großer fan von da ist doch noch irgendwas der beutel ist cool oder dann habe ich da habe ich mir gedacht habe das ist doch zum davonlaufen diesmal bist du irgendwo am farmen und dann musst du wieder zurück weil dein beutel voll ist oder du musst alles umsortieren und so einfach da reingefeuert und das lustige farmen kann weitergehen aber ich muss mich jetzt nach oben porten zu hause hier so dann brauche ich Burger ein paar stück ich bin hier gerade am essen du ich wollte gerade essen dann packen wir nochmal dann packen wir nochmal 20 level rein hier vielleicht haben wir Glück und finden irgendwo einen enderman also ich wissen wollte ich dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 und dann ist der typ weswegen ich einhergegangen sind zum wie hier wird schnitzeln ihr goldschwert wir haben die werwolf auch mal goldschwert so das war's dann du die aus den augen aber endermann ist noch keiner da verfehlt und 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 Oh, schon wieder einer. Ah, verdammt. Warum die ganzen Wehrwürfe? Ja. Ich kann mich ja noch mit dem Bogen durchschnetzeln, äh, mit dem Hammer. Aber den Wehrwolf. Da brauche ich das Goldschwer. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich bin gleich tot. Hilfe. Alles voller Monster. Ähm, da ist das Nächste. Ich bin mal hier kurz mal weg. Ich schaue ihn dir an, den kleinen Penner hier. Ich sehe ihn genau. Man bräuchte von innen einen Weg auf dein Dach. Anderer, das würde ich an deiner Stelle lassen. Werwürfe sind die dir? Du brauchst ein Goldschwert für den. Du kommst mit dem Schwert nicht weit. Alter Schwede, ich werde dir noch zum Scharfschutzen. Alter, was hast du hier gemacht? Der baut hier fett heimlichen Keller aus. So, mach das jetzt mal das hier. Und, ähm, ich mach mal ein kurzes Päuschen. Ähm, werden wir dann auch wahrscheinlich mal mit dem Hund rausgehen. Das ist ja auch schon wieder Viertel nach sechs, sehe ich gerade. Oh, knirsch. Ich fühle mich alt. Und vor allen Dingen halt, ähm, ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher gleich wieder. Ich, schauen wir mal kurz, wie der Stand der Dinge ist. Ich würde mal sagen, bis gleich.